ja er ist drin zocker genossen Prozent hier ist check von check in the game er war jetzt mit 7-days-to-die und sonst hätte der Projekt ab und zusammen mit der Luna oh man, du Fotze ey oh scheiße, helf mir geh zum Haus rein ich geh Deckung gehst noch einer naja hab der in die Lunge reingewämpft ja und dieser am Boden schnell rein und dann äh und dann weg hier die sind da drin die sind im Gebäude ja und draußen sind sie auch ja, geil oh, musst du deinen Kopf wegdrehen, der Penner kenne ich okay also ich habe ja, komm ich komm das ist nicht ich habe aber ich war es alles hatte jetzt noch alles okay ich habe schon mal hat was getrunken und glas gefunden verletzten sich die tommys auch in den kackteen mitnehmen kann man nicht doch nicht zu nahe kommen beim aufsammeln glaubst wir kommen zu spät zu hause an zu spät zu hause an bist du schon wo bist du du hast gefunden ich habe alle pflanzen und wohl kann hier ist die menge essen scheiße mit jaja bestrande ich wusste was überleben und totenteil von gegenständen hier gerade Das kommt weg Das kommt weg Lauf jetzt mal Lauf jetzt schneller Oh, ich auch Die Wukanplant Ist doch ein Kaktus, oder? Ganz eine gute Frage So, okay Musste nur gerade Ganz kurz am Rücken kratzen Deswegen war ich ganz still Das wird so knapp Weiß Wie weit bin ich noch? Ziemlich nah dran Jetzt sollen Strahlen verabschieden sich auch langsam Jetzt müssen wir hier richtig leise sein Bin drin Bin gleich da Ah, no shit Sherlock, ich bin durstig Ich hab'n Ölbarren da Die müssen wir dann später oder gleich für unten Wird, wenn wir uns ein bisschen durchsprengen können Ach, warte mal Ich weiß nicht, wie das Sprengradus ist Vergiss die die mit dem Sprengen erst mal Warum? Der Radius Ich weiß nicht, wie der Radius ist Da würde ich mich noch weiter ausbauen Bist du da? Und das noch bevor die Sonne untergeht Oh, das sieht geil aus Das sieht geil aus Schafft er es? Er schafft es Hast du noch was zu trinken? Ich kann schon was machen Ich hab sieben Flaschen noch gefunden Und wir können gleich daraus Tee machen sofort Essen ist auch alles hier Was machen die Painkillers überhaupt? Keine Ahnung Wenn ich das wüsste, wäre ich schlauer Okay, ich brauch irgendwie mal Material zum Verbrennen Ach, hab ja Ich hab grad Bier getrunken Nicht schlecht Na, guten Durst Ja, siehst du Pickel, komm mal her Warte Liegt hier Hallo, hier, wer hab ich gefunden? Hm, nicht schlecht Und hier noch Garten Hark ist auch noch hier bei mir Genau Ne, äh, die Gartner Hark lassen wir hier drin Oh Oh Vielleicht geh unten weiter buddeln Mach das Halte Halte oben Ohren Offen Jupp 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 Puh Jetzt merkt man langsam, dass die Anspannung kommt Nö, ich lag mal eben nicht grad mal unten Ich mach grad noch, äh, Bögen, Bögen, ganz Fehler Komm mal jetzt Pfeile Bolzen Mhm Ähm Ach komm Alles noch nichts, komm mal her mit der Armbrust Warum? Äh, ich wachs mal jetzt so Was denn? Äh, ich brauch' einen Schuss hier Komm hier oben hin Ne, ich brauch' unten noch einen Schuss Also du musst mit der Armbrust mal unten kommen Du musst mit der Armbrust mal unten kommen So Shit Machst du das grad mit den Schritten? Ja Warte mal Hunting 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 Rifle Bolt So Hunting Rifle Barrel Jetzt brauch' ich noch das Handle Weil den Stock besser sagt Ich brauch' den Stock Ich mach grad so viele scheiß Pfeile Ich hoffe du hast auch einen Dass wir uns wenigstens wehren können Äh, grad nicht Mach dir einen Ja, mach ich gleich Ich will jetzt mal ganz kurz die Hunting Rifle herstellen Wenn ich noch nicht Dings hätte Warte mal, prüfe ich mal ganz kurz Waffen Nein Nein Hunting Rifle Hunting Rifle Stock 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 Da haben wir's doch Ah fuck, ich brauch' ich brauch' Holz Warte, ich geb' dir hier Ich geb' dir welches hier rein Hier Jo Ich hab' da grad was rausgenommen, warte Weil, äh Ja, ich brauch' dir welches zum Brennen Na, ich will nur schnell die Hunting Rifle Stock herstellen So, hast du's Hast du schon einen Grill gemacht? Nee, noch nicht Ich hab' noch nicht genug Eisen dafür Mach' ich gleich Ja Warum muss man das Wasser erst so kochen, danach Tee rausbacher Keine Ahnung Boah, wie viel Eisen wir daraus haben, ey Woraus? Na, aus den ganzen Eisenfragmenten Wir hatten, glaub' ich 80 Da leise Hock dich hin Nichts machen, nichts machen, nichts machen Bleib in Deckung Sie haben mich nicht entdeckt Wollen wir es dir kaputt machen Wir dürfen nicht gern versuchen Wir wurden gehört Okay, gut Halt's immer ein bisschen besiegt So, für ein paar Minuten Mach' mal Geräusche Wie denn? Keine Ahnung Wie ein Lied vom, das Lied vom Tod Und du hast clear Okay, äh, abgehauen Ne, die kommt wieder Bist du, äh, bist du sensed oder, ähm? Ja Du nicht? Nein, ich bin undetected Bin sensed Keine Ahnung warum Ich glaub' mal unten ein bisschen Lärm machen jetzt Ich oder du? Ich mach' mal unten ein bisschen Lärm Damit die immer weggelockt werden von der Position Oh, Mama Oh, das wird richtig Bums machen Halt dir mal die Ohren zu Okay Was, das war's? Mehr nicht? Okay Ich bin undetected wieder Ah, ich bin leicht sensed Ich hätte noch ein bisschen warten, äh, das Loch ausweiten Haha, komm mal runter Haha, wie geil ist das denn hier? Bist du am Graben? Ja Nein, warte mal Wo, wo am Graben? Warte, hör mal auf Gut Graben die? Bist du auch... Was hat sich so angehört? Bist du auch anetected wieder? Ja, ja, wir waren anetected Bist du was anziehen? Oh Mach grad te... was? Achso, gedacht schon Nein Nein, nein, ich bin nicht Ey, ich bin fast durch Aber es ist halt über die Straße fast Ich hab gleich über 100 Bögen Achtung, noch eine Explosion kommt Ja Da jetzt sind sie wieder aufgeschreckt Ja, aber, komm mal runter, guck mal das Loch an, was ich gemacht habe Okay Das ganze Loch hier Das waren nur gerade mal drei Fässer Okay Dafür mussten wir so Übel zu viel graben So Noch zwei übrig Ich werde mal eins hier hin platzieren Das andere dort runter Oh, das war richtig fett rums Okay Am nächsten Tag muss ich auf jeden Fall den Tunnel dann zu Ende bauen Ah ja, richtig, wolltest du ja den Grill haben, ne? Hm Hast du auch einen Pfeil und Bogen? Hm, baue ich gleich Ja, ich... Ich brauche nur Pfeil Ich lege dich schon mal die Hälfte der Pfeile hier rein Nein, denn am einigen ist die Hälfte der Pfeile drin Guck mal hier in die erste Kiste rein 73, nice nice Das ist nur die Hälfte, die andere Hälfte hab ich doch Nicht schlecht, Frau Specht Ich hab noch knapp Elf Schuss fürs Gewehr Ja, das behalten wir erstmal Gut, äh, lass mich kurz überlegen Tag 7 dürfen wir doch gar keine Leer machen, ne? Was sagst du? Tag 7 dürfen wir gar keine Leer machen, ne? Ne, überhaupt keinen Remember, no sound Hast du noch ein bisschen Gras? Ne Shit Geh mal nach oben Geh mal nach oben Sollte alles schief gehen, ne? Hm Und der Tunnel nicht fertig sein Will ich unten einen Fass legen Und die letzten noch mit einem Schuss erledigen Hm Danach sind wir unten geliefert Hm Aber... Ob das wirklich der Fall ist, seht ihr erst im nächsten Part, Leute Bis zum nächsten Mal Euer Jack und eure Luna Ich hab Angst Ich hab Angst Es Schatz Ich hab Angst